hallo zusammen ich habe eine anfrage was brauche ich für eine kühlbox wenn ich nach norwegen zum fischen fahr. es ist ein bisschen schwimmig die anfrage aber wir schauen uns mal diese box an das ist meine beste kühlbox je bis minus 18 grad aber diese box hat eine gefrierleistung von 1,5 kilogramm am tag das heißt wenn ihr 14 tage unterwegs seid von mir aus zehn tage fischt dann könnt ihr theoretisch 15 kilo fisch fangen bzw mehr fisch und dann filetieren und nur die filets einfrieren hier 15 kilo bei der gt das ist eine box die wir verkaufen vorwiegend an außendienst mitarbeiter die bei 50 grad im sommer im auto noch die minus 20 grad erreichen müssen diese box hat einen dreimal stärkeren kompressor drin hier haben wir eine gefrierleistung von 7,2 kilo das heißt wieder bei 14 tage reisen 10 tage fischen da könnt ihr dann 70 kilo fisch einfrieren das kriegt ihr hier nicht rein auch in der größeren in der 81 die technik ist die gleiche kriegt ihr also kaum 70 kilo fisch rein als volumen aber jetzt kommen wir zur stromversorgung wenn diese box mit 1,5 kilo gefrierleistung arbeiten muss zieht die box um die 100 ampere pro tag also amperestunden pro tag das heißt eine batterie mit 100 ampere stunden lithium ist in einem tag tot genuckelt sonst diese box hält fünf tage diese box hier die braucht am tag um die 240 bis 250 ampere stunden aus der batterie wenn ihr wirklich diese 7 kilo fisch einfrieren wollt wenn ihr auf dem campingplatz steht und strom zur verfügung habt 230 volt dann ist das kein thema dann könnt ihr diese beiden boxen anstecken diese kühlen wenn ihr dann aber den strom über das fahrzeug zur verfügung stellen müsst 100 watt solarzellen auf dem dach die bringen von mir aus 400 watt das sind dann 35 ampere am tag je nach ausrichtung wo er steht und so weiter also hier braucht ihr 300 watt solarzellen um diese box zu betreiben ihr steht in norwegen ihr steht ein bisschen nicht ganz ideal das kann im sommer dann auch mehr bedeuten hier brauchen wir es zweieinhalb fache also heißt ihr braucht 1000 watt solarzellen 800 watt solarzellen auf dem dach für diese leistung wenn ihr einen camper habt und ihr habt ein lade booster drin viel sind lade booster um die 30 ampere diese box hier braucht 100 das heißt ihr müsst drei stunden im tag den motor laufen lassen dass ihr den strom rein kriegt bei einem 30 ampere lade booster hier 240 ampere durch drei sind dann acht stunden dass der lade booster die 30 ampere in die batterie kriegt das ist zum strom also den fisch einfrieren ihr braucht massive energie jetzt auf der rückreise wenn der fisch wirklich durchgefroren ist aber meine erfahrung ist dass der fisch gefischt wird in die kühlbox rein und der fisch hat nicht bis in den kern die temperatur von minus 18 grad der hat vielleicht im kern eine temperatur von minus 10 das reicht absolut für den fisch nur die kühlbox braucht immer noch sehr viel strom bis ich die kerntemperatur erreicht habe das heißt wenn ich dann nach hause fahr brauche ich bei dieser kühlbox bei dieser auch trotzdem diese 95 ampere pro tag wenn ich fahre ist das überhaupt kein problem da fährt ihr mal eine pause das ist auch kein problem gehe ich aber auf schiff beziehungsweise auf die fähre da bin ich unter unterständen 24 stunden stehe ich da auf der fähre habe unter umständen auch keinen zugriff auf die kühlbox in diesen 24 stunden braucht diese box immer noch diese 95 ampere das heißt eine lithium batterie mit 100 ampere wird in der zeit tot genuckelt diese box hier braucht theoretisch 240 nur hier ist es so dass ich natürlich den fisch schneller frieren konnte und ich kann die 70 kilo auch nicht einfrieren für das ist die box zu klein ich kriege die gar nicht voll also ich kann nicht gar nicht so viel reinkriegen aber hier habe ich dann auch einen massiven stromverbrauch je nachdem wo der fisch liegt aber er wird nicht bei 240 ampere liegen wenn ich diese box den kern wirklich durchgefroren habe bei der und bei der die haltungs energie zum kühlen liegt etwa bei 50 ampere pro tag ampere stunden pro tag das heißt mit einer standard bleibatterie 100 ampere könnt ihr die 24 stunden auf dem schiff überstehen ich hoffe die anfrage reicht euch was brauche ich für eine kühlbox zum angeln zum angeln in norwegen oder sonst irgendwo das thema ist nicht den stromverbrauch die die box hat während einer normalen kühl- oder tiefkühlphase sondern das runterkühlen das gefrieren vom fisch ich mache hier euch einen link auf diese box hier ein link für diese box und hier unten hatte ich auch eine anfrage über das fischen und ich wünsche euch einen schönen tag zum angeln die der der dem